So, hallo, herzlich willkommen Ja, bei Let's Play SimCity Nein, nicht Let's Play SimCity City Skyline, das war nicht natürlich Bin dann schon wieder sehr verpeilt Zwar wollen diese Bauern hier zum Beispiel der nicht genügend Arbeiter Nicht genügend Arbeiter Oh, es wird schon rot Und die grüne Zahl steigt Und Wir werden hier mehr Arbeiter Einsiedeln Und zwar habe ich gedacht, so auf die Seite Deswegen machen wir kurz Stopp Ich weiß, mit Leertaste geht das auch, aber Da seht ihr, wie ich Stopp mache So, jetzt bauen wir da hier Straßen Die hier oder die anderen Haben hier eine große Straße durchgebaut Dann bauen wir das hier so daneben Wir wollten mal Frustindustrie machen, dann können wir doch hier dazwischen Dazwischen kann man doch Ja, ne? Machen wir mal So Oder so Oder so Oder so Herrlich 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 Einfach nur schön Können wir uns halt ausbreiten, so wie wir wollen Aber erstmal bauen wir das erstmal so 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 Voll heran Voll heran Die haben hier kein Trinkwasser Äh, Wasser ist hier Okay Kein Trinkwasser So 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 Können wir schon mal hier So verbinden So Passt das? Nee, passt nicht ganz Das passt nicht ganz So 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 Jetzt passt das Das können wir hier sagen Dass hier eine kleinere Straße hinkommt Man kann auch hoch zu sagen Nee, machen wir rüber so 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 Dieser Ort ist bereits belegt Aha Keine Ahnung was das zu bedeuten hat Ist hier irgendwas schulisches gebaut oder wie? Achso, wegen dieser Feuerwehr praktisieren wahrscheinlich Nehme ich mir jetzt mal an So So Keine Ampel gibt es ja, ne? Hmm Kann man hier rüber Darüber Kann man hier rüber So Das schon mal ausweisen als Gering besiedeltes Er kann ja Bisschen gewerben Das schadet Das schadet glaube ich niemanden Das schadet glaube ich niemanden z das neue laufen Da sehen wir jetzt nicht hier hinten. Ja, schau da. Kann man auch schon abbeißen. Wenn sie dann hier bauen. Beziehungsweise das auch. Wenn man das so macht. Ah, jetzt. Schön. Wie sieht es mit Lärm aus? Verkehr. Lärm. Ja. Passt doch. Wo ist der Tunnel? Wird doch hier sehr gedämpft, ne? Ja. Eine sehr rote Küste wegen den Windmühlen. Immer so ein kleines Stauproblem hier. So ein minimales Stauproblem. Weil die alle hier lang müssen. Und hier. Viele. Oh, hier stört sich's auch rückzu. Das ist grad Nacht, ja. Da ist ganz schön viel los. Ich kann hier mal ein paar Autobahnabfahrten machen. Wo ein paar mehr Leute drauf passen. So. Und die auch ein bisschen. So. Und ich fand die da jetzt auch zu zweit hier runter. Ja, mal gut zu wissen. Die Ampel hier. Ist das eine Zeitgesteuerte? Nee. Die Ampel muss einfach weg. Kann auch sein. Dass das der Grund ist. Oh, die muss doch mal gesteuert werden. Diese Ampel. Zeitgesteuerte Ampel. Mach ich am liebsten. Einrichten. So. Erste Phase. Achso. Ich will hinzufügen. Das ist rot. Das ist grün. Und das ist die minimale Zeit von 20 Sekunden. Maximale Zeit von 30 Sekunden. Zufügen. Dann ist er. Nächster Schritt. Die haben rot. Die haben grün. Das ist nochmal. Dasselbe Zeit. Zufügen. Dann Schritte zufügen. Jetzt haben die grün. Und die rot. Nochmal. Schönen zufügen. Jetzt haben die grün. Die grün. Die grün. Für. 10 Sekunden. Und. 20 Sekunden. Zufügen. Zufügen. Ein paar Fußgänger gibt es ja auch. Deswegen würde ich dann beim nächsten Schritt. Die nochmal mit einbauen. Aber alle mal kurz grün. Und zwar. Was weiß ich. 8 Sekunden höchstens 12. Höchstens 13. Und dann machen wir mal 5 Sekunden höchstens 13. Dann machen wir mal 5 Sekunden höchstens 13. alles ein Schiff verabschiedet sich gerade so zu 20 30 halt noch durch liebe Stimme halt durch liebe Stimme ich habe mir eine feine Sache mit den Ampeln nicht stehen bleiben hier was bleiben die denn stehen ich glaube es ist ein bisschen besser wenn ich dies nach da verlege oder das glaube ich am besten ganz kurz Stopp sieh ich 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 So, das ist aber normal, Schwimmigkeit. So, Richtungspfeile. So. Dann auf der Seite. So, eventuell brauchen wir nicht sofort wieder hier rumfahren. Oder doch, können wir mal mit einrichten. Richten wir mal mit ein. Ja, was soll man hier dazu noch sagen? Und dann wäre das dann hier. Verkehrsbeschränkungen. Kann man ja nicht aussprechen. Und ja. Ja, Zeichen drücken und fertig. Gucken wir mal, wie es läuft. Läuft gut, wenn es geregelt ist, oder? Zumindest die Zeit. So, jetzt ist es wieder Tag. Und da wird ja auch wieder mal selber gut. Das sieht doch schön aus. Jetzt kann man ein bisschen raus, was so hier abgeht. Kleiner stauert sich hier gebildet. Ich weiß ja nicht, was hier immer ist. Stromschwankungen haben wir ja. Große Stromschwankungen. Windräder gehen aus. Guck mal, wir hätten ja den größten Windpokk bauen können hier, den es nur gibt. Auf der anderen Seite. Wenn wir das machen. Ein ganz großer Windpark bauen. Ein ganz großer Windpark bauen. Ein ganz großer Windpark bauen. so 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 verfügbarkeit ist Sitz sehr gestiegen müssen dass er auch irgendwie an das Netz anschließen so hier noch ein Bauch so 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 in draht und mal speichern so das ist ein screenshot das ist warum ich immer auf 1 drücken möchte es geht wohl nicht drücken so die haben wahrscheinlich schon noch ein paar stromprobleme da hinten und jetzt keine stromprobleme hier oben ist nix verbunden das ist nur hier vorhanden da ist nix mit strom verbunden also mit leitungen steh ich nicht so 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 jetzt ist es mit netz verbunden so 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 das futschchen legen wir das trocken und alles darin gelegt betrieb als betrieb betrieb normalbetrieb wasser bahn sich wieder seinen weg wenn es denn so weit kommt das sucht wieder das ist das Ding das ist gleich so zwei große Absackungen aber jetzt tut es wieder hoch aber es hat nur noch eins nach oben also es ist ein bisschen weniger geworden aber ich glaube dass das wasser das aufholt schneller ist als das was absackt oder kommt mir das nur so vor keine Ahnung ich weiß nur dass wir uns nächste Folge wieder wieder sehen wenn es wieder heißt SimCity die Skylines meine ich natürlich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag meine lieben Freunde tschau Bis zum nächsten Mal.